was geht ab leute haben wir labern wir nicht lange rum starten wir direkt den trailer ich habe ihn noch nicht gesehen ich habe nur davon gehört wie episch das sein soll endlich legendärge sommer im langen 20 alle in Ordnung Okay. Aha! Oh, oh, oh! 1,300,000 CP. Negative rates! Okay, over time. Oh, oh, oh! Jetzt haben die alle nicht weggeguckt worden. Jetzt hat er teamorientiert. Gemeinsames Abenteuer. Ich habe ihn gesehen. Nirgends am Ende noch. Ja, echt geil gemacht, aber der Hype Train kann ohne mich weiterfahren. Natürlich freue ich mich, aber so geil bin ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall echt cooler Trailer. Echt geil gemacht. Legendär. Sind auf dem Weg. Einen Post dazu gibt es auch noch. Den können wir auch noch gleich anschauen. So, hier der Post Trainers. Zuge der Feierreichkeiten. Anjagis Jubiläum. Bla bla. Millionen Trainer weltweit. Bla bla. Extrem selten starke Pokémon. Begegnen. Kämpfen. Fangen. Männungen. Weltkämpfe. Seitensitrener. Legendären Eier. Bla bla. Schaffen. Aha, hier. Schaffen sie es zusammen mit ihrem Team den legendären Weltpost zu besiegen. Bekommen sie die Möglichkeit ihr eigenes legendäres Pokémon zu fangen. Aha. Legendären Pokémon werden zusammen mit ihren Trainern, die... ...weshalb sie nicht zur Verteidigung von Arenen eingesetzt werden können. Das wussten wir schon. Das wurde im Code entdeckt. Am 22. Juli werden tausende Trainer, Chicago, Go First, Millionen, bla bla, zusammenarbeiten. Und im Spiel Boni für die gesamte Pokémon Go Community freizuschalten. Das wissen wir auch. Go First. Schaffen sie es genügend Pokémon im Zeitfenster der Pokémon Go First Challenge zu fangen. Wird das erste legendäre Pokémon, aha, im Grand Park enthüllt. Wenn es den Trainern in Chicago daraufhin gelingt, das legendäre Pokémon zu besiegen. Wird es nach dem Pokémon Go First auch als Redkampf erscheinen, bla bla. Ja. Die Frage ist, wie schnell danach. Ob es dann direkt noch am selben Abend ist oder am nächsten Tag. Bin gespannt. Aber das hat ja nichts mit dem Mystery Challenge zu tun. Und das hat auch nichts mit den Bonis zu tun. Was nochmal? Und im Spiel Boni für die gesamte Pokémon Go Community freizuschalten. Schaffen sie es genügend Pokémon im Zeitfenster der Pokémon Go First Challenge zu fangen? Okay, also sind die legendären die Mystery Challenge oder was? Und dann geht es weiter. Trainer können das Spektakel live auf Twitch verfolgen, okay. Aber wir sind da am Bordeauxplatz, bisschen farmen. Dementsprechend, möglicherweise schauen wir uns das dort an, wenn jemand gutes Internet hat. Folgt dem Livestream, bla 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 bla. Okay. Das heißt, schauen wir mal, was dieses Wochenende passiert. Alles klar, das war's. Wir sind da gekommen. Dieses Wochenende wahrscheinlich. Zumindest auf jeden Fall in Chicago. Und danach weltweit. Die Frage ist halt nur, wie lange die Verzögerung ist. Ob es noch der selber Abend ist oder erst am nächsten Tag oder nächste Woche. Ich bin gespannt. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch so hyped seid wie ich. Oder ich bin eigentlich nicht so gehypt, aber schreibt unten rein, ob ihr gehypt seid. Was macht ihr dieses Wochenende? Denkt ihr, die kommen jetzt dann direkt schon dieses Wochenende zu uns? Ansonsten wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen wie es auf. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Und das Wochenende wird anscheinend echt legendär. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.